hallo liebes internet ich wollte mit dieser folge mein beliebtes gut besuchtes parkinson video tagebuch zum ende bringen weil ich habe jetzt die tiefen hörstimulation hinter mir wie man sehen kann und dann geht's top her also in erster linie geht's mir top weil dieser sogenannte setzeffekt der war mir vorher auch nicht bekannt der führt nämlich dazu dass man praktisch symptomfrei ist nach der op das heißt keinerlei parkinson-symptom mehr und ich kann euch sagen wenn ihr zehn jahren parkinson rumgelaufen seid das ist eine bombastische sache ja genau und verstehe gar nicht ich gehe mal den leuten vorbei habe ich was auf dem kopf oder was egal ja und ich habe gerade einem klinikkollegen und mir eine flasche bier organisiert also jedem von uns eine flasche bier ich habe mich vorher vergewissert dass ich das wirklich darf also aus medizinischer sicht natürlich nur und die kippen uns gleich in den kopf genau dann würde ich sagen wünsche ich allen leidensgenossen gute genesung wenn ihr parkinson habt und ihr habt die möglichkeit die tiefen hörstimulation zu machen dann kann ich das nur wärmstens empfehlen am allerbesten in freiburg das ist nämlich der beste chirurg deutschlands und wenn ihr glück habt dann operiert euch alle infos dazu und links und sowas sind unten in der beschreibung und wenn ihr fragen habt dann droppt die einfach hier und versuche alles zu lesen und zu beantworten ich wünsche euch was bis bald tschüss